Hi meine Freunde und heute wieder eine kleine Stream-Ankündigung bzw. es gibt jetzt auch einen Discord-Channel. Und zwar der eSportsGarnet, ne? Der Kollege hat ja mal einen Discord-Channel für uns angelegt. Und ich hab mir den so angeschaut und ich find den super. Also ich war ja sonst Discord-mäßig nie wirklich großartig unterwegs. Ich hab's zwar drauf auf dem Rechner, aber ich hab's sonst nie wirklich genutzt. Und ich hab mir das jetzt angeschaut und wir haben auch mal ein bisschen hin und her probiert und getestet. Und ich find das echt nice, das Ding. Wir haben ein paar Räume zum Chatten, zum Texten, ja. Wie auch immer, was es so quasi für Neuigkeiten gibt. Ja, ein paar Sprach-Channels, also eigentlich alles, was man hier so braucht, denk ich mal, ist dabei. Ansonsten kann man immer noch was anlegen, ist kein Problem. Und hier quasi unter den Textkanälen Neue, ja, da hab ich mal so Tests reingeschrieben. Ja, Shavok ist auch mit dabei. Ähm, hier werd ich jetzt auch die neuen Livestream-Ankündigungen machen. Also nicht nur auf YouTube, also YouTube auch, ja. YouTube bekommt quasi diese kleinen Infos, ja. Und, ähm, hier werd ich dann auch nochmal reinschreiben, wann der nächste Livestream dann rauskommen wird. Weil es kann auch mal passieren, dass wir einfach mal ganz spontan, äh, sagen, pass auf, wir machen jetzt mal einen Livestream abends, weil es gerade passt. Ja, eventuell machen es dann auch die Kinder mit, dass sie dann pünktlich auch im Bett sind und schlafen und so. Und dann abends so ab, ich sag mal, ab halb neuner eventuell könnt ihr dann ein Livestream mal ganz spontan kommen. Ähm, was auch immer, so spielemäßig, sag ich mal. Dann werd ich das ganz spontan hier reinschreiben, ja. Den Link zu diesem Discord-Channel, ja. Den findet ihr dann quasi da unten in der Videobeschreibung. Ja, Entschuldigung, ich guck manchmal so rüber, so, ja. Äh, den findet ihr da unten. Und auch den, ähm, Link zum Livestream, also auf Twitch, ja. Ähm, den findet ihr auch quasi in der Beschreibung. Und, äh, ich würd mich freuen, wenn wir uns hier lesen, mal uns hören, äh, und dann auch quasi später den auch in Livestream uns dann, ähm, lesen und hören und hast du nicht gesehen, ne? Und auch sehen, ne? Also, gut, ähm, Livestream, ähm, wie gesagt, ah, ah, nee, hab ich noch gar nicht gesagt. Am, 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 am Donnerstag, ja, am Donnerstag zwischen um neun, also vormittags, ja, um neun und halb zehn. Ja, also merken, am Donnerstag, das ist, warte, jetzt können wir nicht mal ganz kurz hier, Datum aufschlagen. Am Donnerstag, dem achten Zweiten, ja, den achten Zweiten, um zwischen neun und halb zehn wird dann der Livestream auf Twitch losgehen. Ja, ich schaue das dann hier auch gleich nochmal rein, für alle neun quasi dann, ähm, und, ja, ich glaube, das war's dann soweit. Also, spielen werden wir Fortnite, ja, ne Runde PvE, äh, eventuell auch mal ne Runde PvP, mal gucken, wie ich Bock drauf habe, ja. Äh, gut, ich glaube, das war's jetzt eigentlich an sich schon. Hab, glaube ich, alles gesagt? Ja, ich hab alles gesagt. Gut, auf jeden Fall, hier können wir dann mal ne Runde texten, ja, was so Neues gibt. Ähm, es gibt zwar bei YouTube diese Community-Tab-Funktion, ähm, die ist aber für mich noch nicht freigeschaltet. Äh, ich hab so gelesen, wenn das so stimmt, ähm, den Tab bekommt man wohl erst ab 10.000 Abonnenten. Und da sind wir ja noch ne ganze Ecke von entfernt, also, äh, ist Discord eigentlich ne ganz coole Alternative und auch ne ganz coole Lösung, ja. Gut, ich denke, das war's. Also, die Links findet ihr alle da unten irgendwo in der Beschreibung, ne. Macht's Jütti. Tschüss, euer Bumble. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.